Heute werde ich den ultimativen Prank an Lukas Brawl Stars machen. Schlag doch mal was vor, du bist so total unkreativ heute. Wahrscheinlich muss ich kreativ sein für dein Video. Digga, also ich sag ehrlich, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann bin ich halt leider raus so. Mach du das Prä-Intro mal, ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Ja Digga, ganz ehrlich. Ich mach's damit erst mal raus, Alter. Hä? Lukas ist einfach gegangen, oh mein Gott. Jetzt wo ich leider keinen Creator Code mehr am Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es Leute, auf Renita Ehrenbruder Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr habt es gerade eben am Prä-Intro schon gehört und auch wahrscheinlich schon ein paar Einschnitte gesehen. Ich werde heute Lukas komplett pranken. Ich habe ihm jetzt gerade eben gesagt, dass ich ganz schnell ein Video aufnehmen muss. Es ist jetzt gerade 19.20 Uhr und ihr wisst es, Lukas streamt eigentlich immer um 19.30 Uhr. Und er hat gesagt, jo, ich soll ganz schnell machen. Er hat nur 10 Minuten. Er muss gleich den Stream starten. Und ich werde ihn jetzt gleich so krass abf***en, dass er hoffentlich ausrastet und irgendwie einfach die Aufnahme verlässt und dann seinen Stream starten wird. Ich bin mal sehr gespannt, ob das Ganze klappt. Ich denke mal, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich vorhabe. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde das Ganze gleich ultimativ freestylen. Seid Lukas nicht böse. Ihr wisst es, das ist halt unglaublich wenig Zeit eigentlich für so ein Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Ich rufe ihn jetzt mal auf Discord an. Jo, hallo Lukas. Moin, was geht, was geht? Moin, moin. Ja, ich wollte jetzt noch ganz schnell ein Video mit dir aufnehmen. Ich habe tatsächlich auch schon rausgesucht, was wir aufnehmen wollen. Wir reagieren auf was. Also du kannst schon mal die Aufnahme tatsächlich starten. Also einfach nur deine Facecam. Jo, läuft, läuft. Was hältst du von einer Brawl Talk Reaktion? Glaubst du, das kann man mal wieder machen? Ja, ne? Ja, safe. Wobei, nee, das habe ich erst vor so zwei Wochen gemacht. Irgendwie so, was meinst du, wenn wir so auf was raten, wo man so schätzen muss? Irgendwie so ein Speed Battle oder sowas? Welcher Brawler der schnellste ist, oder wie? Ja, irgendwie sowas. Ja, hast du ein gutes Video gefunden? Nee, das muss ich jetzt eben noch raussuchen. Moment. Ja, du meinst doch, du weißt schon, was du aufnehmen willst. Hä? Weiß ich ja auch. Ich werde mit dir auf ein Video reagieren. So, ja. Aber ich meine, ja okay, egal. Schauen wir halt mal kurz. Hast du irgendwie ein Video, worauf wir reagieren können? Äh, keine Ahnung, Kamikaze hat sowas nochmal hochgeladen vor ein paar Wochen. Warte, ich schau mal. Wie schreit sich der nochmal? Kamikaze. Finde ich nicht, ruhigst das. Wollen wir so Brawler-Posen in real life gegeneinander machen? Und selbst nicht vielleicht eine nice Idee, aber das Ding ist, ich stream so in sieben Minuten oder so, Bro. Hä, aber so lange dauert das nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja, kein Plan. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch so eigentlich so sieben Minuten oder sechs Minuten, keine Ahnung, bis der Stream startet so. Ja, aber ich dachte, du willst ein Video mit mir aufnehmen, hast du doch gesagt. Sonst fang mal an, ich spiele jetzt, ich mache jetzt hier diese Stu-Pose und du testest es mal, ob du es hinkriegst. Ja, dann machen wir doch was anderes. Ja, ich dachte, du weißt schon, wie gesagt, was du aufnehmen willst. Ich dachte, du hast schon sowas rausgesucht, wo wir da einfach so aufnahmen schlagen. Ja, so eine Reaktion halt. Ich gebe jetzt einfach mal bei Google ein, bei YouTube ein, Brawl Stars und jetzt gucken wir mal. Ja, dann lass halt irgendwie auf TikTok oder so reagieren. Nee, TikTok ist doof, da habe ich schon oft reagiert jetzt zuletzt. Ne, keine Ahnung, also wenn du jetzt noch halt eh Zeit brauchst zum raussuchen, dann kann ich ja einfach streamen. Nein, 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 ich bin, ich habe das, ich habe... Äh, also Zeit danach. Nein, ich habe ja schon, ich habe ja schon eine Idee. Also mir kommt jetzt halt nichts davor, dass du irgendwie ansatzweise eine Idee hast, Bro. Doch, ich habe doch gesagt, wir reagieren auf was, es geht eigentlich voll easy. Hä, sonst hilf mir doch mal, du, du hilfst mir ja auch gar nicht. Hä, wie soll ich dir denn jetzt helfen? Ja, so ein Video zu finden. Du willst ja nicht irgendwie die meisten Sachen, die wir jetzt vorgeschlagen haben. Ja, schlag doch mal was vor, du bist so total unkreativ heute. Ne, ja, wahrscheinlich muss ich kreativ sein für dein Video. Ja, dann sind wir auch schneller fertig. Lass mich doch mal überlegen, du setzt mich hier die ganze Zeit voll unter Druck ab. Weil ich jetzt streamen muss, eigentlich, also wir haben jetzt ja auch schon irgendwie 19.30 Uhr oder so, ich muss jetzt eigentlich anfangen. Es ist jetzt 19.33 Uhr, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir drei Minuten zu spät sind. Ja, wir haben noch nichts aufgenommen. Das dauert eh nur fünf Minuten, weißt du. Das dauert erstens zehn und selbst zehn, wenn du halt ne Idee hast, aber du hast halt nicht mal eine so. Äh, warte, ich hab ne Idee. Ja, und was? Äh, wir reagieren auf TikToks. Oh mein Gott. Ja, warte, ich muss überlegen, wie ich das Intro mache. Ich mach einfach so Highlights vom Video im Spreentro, also ohne, dass du was sagst. Nee, das muss ein krasses Präentro sein, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. In dem heutigen Video schauen wir uns die besten Brawl Stars TikToks auf der ganzen Welt an. Nee, das ist doof. Digga, also ich sag ehrlich, also wenn wir halt jetzt nicht anfangen, dann bin ich halt leider raus so. Ja, warte, wir haben doch jetzt das Video, jetzt müssen wir nur noch drauf reagieren. Das dauert nur acht Minuten. Also keine Ahnung, wenn wir halt jetzt nicht starten direkt zu, dann bin ich halt raus. Warte mal, ich hab grad ne WhatsApp Nachricht bekommen, ich muss bei einem Kovac kurz antworten. Ja, bist du jetzt ready oder was? Ähm, ja. Okay, warte, lass das Video anfangen, okay? Warte, ich muss immer noch kurz gucken, wie viel Systemspeicher ich noch hab. Reichen 8,5 Gigabyte, ja, ne? Ja, reichen. Nee, warte, ich hab mich verguckt. 180 MB, warte mal, nee, ich muss eben noch kurz Videos löschen. Ja, mach halt jetzt schnell. Musst du eine Datei löschen, let's go. Warte mal, ich muss überlegen, welche ich noch brauche. Nimmst du nicht übel, Kevin, aber wegen dem Streamen so, ich muss jetzt halt starten. Also ich sag jetzt mal, eine Minute gebe ich dir noch, aber ansonsten musst du jetzt raus. Ja, warte, ich lösche eben das Video hier. Okay, warte, ich nehme. So, 30 Sekunden. Ähm. Lass jetzt wirklich starten, sonst bin ich weg, weil ich kann meine Zuschauer jetzt auch nicht die ganze Zeit warten lassen. Nehmst du nicht übel, aber... Ähm. Digga, wir haben jetzt nur 15 Minuten. Ja, mach du das... Mach du das... Mach du das... Mach du das... Mach du das Pre-Entro mal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, kannst du die Szene von eben von mir nehmen. Ne, die ist... Die ist... Die war nicht gut. Mach mal... Mach mal jetzt nochmal. Oh mein Gott, Leute. Wir schauen uns jetzt unglaubliche Brawl Stars TikToks an. Ja, du musst es nochmal machen. Ich hab total geguckt gerade. Ja, das ist witzig. So, die Minute ist um. Ich bin jetzt raus, Kevin. Werden wir jetzt nicht starten. Ähm. Ah, ne. Pre-Entro hast du ja schon aufgenommen. Warte. Drei... Warte. Ich muss doch mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, Digga. Ganz ehrlich. Zwar bin ich wirklich jetzt erstmal raus, Alter. Also nimmst mir nicht übel, aber... Bin schon ein paar Tage wieder dabei und... Hä? Wie? Was machst du? Wir nehmen doch jetzt auf. Hallo? Hä? Lukas ist einfach gegangen. Oh mein Gott. Okay, der Prank hat funktioniert. Warte mal. Ich muss den mal kurz anrufen. Oh mein Gott. Ich glaub der ist richtig... richtig angepisst. Hallo? Ja, was ist? Ja, komm noch mal kurz auf Discord, bitte. Ich... Ich bin wirklich fertig. Nee, Junge. Sagt uns, ich muss jetzt streamen. Ja, aber ich brauch dich eben noch kurz für das Video. Ich hab nämlich... äh... eben kurz ein Video aufgenommen, wo du weg warst. Hä? Ja, komm mal eben kurz... Du bist grad jetzt schon beim Stream einstellen. Ich kann jetzt nicht. Ja, Bro. Wir haben gerade schon ein Video aufgenommen. Digga, ich hab dich total ver... Es tut mir leid. Digga, Junge. Du bist so ein... Ich hab so ein Prank an dir aufgenommen und wollte, dass du ausrastet und Ragequid. Das hat wirklich geklappt. Ich hab auch schon die Aufnahme beendet. Na jetzt eben. Mal... Ja. Ja, aber hast du die Aufnahme noch oder hast du die jetzt schon gelöscht? Ich wollte die grad schon löschen, Alter. Ja, ich... Ich brauch dich. Ist zu mir leid, Bro. Aber, äh... Ja, das war ein Prank an dir. It's a Prank. Du wurdest total ver... Hops genommen von mir. Na, superwitzig auf jeden Fall. Ja, dann kannst du jetzt streamen. Es ist... Wir sind eh so nur 15 Minuten zu spät. Das geht noch. Okay, viel Spaß. Ciao, ciao. Oh mein Gott. Digga, der ist richtig angepisst. Aber Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Und... Ciao, ciao. Ciao, ciao.